Hallo meine Freunde, kommst du wieder? Was? Willkommen zu meinem Video meine Freunde. UiDama ist wieder zusammen mit irgendwelchen Leuten, man. Hallo UiDama, was ist los mit dir, hm? Zuerst bin ich dann mit anderen Leuten. Kannst du dich immer auf den Typen entscheiden, oder was? Das ist ernst, man. Jetzt warum musst du dich vorher entscheiden, du hast Kinder. Und dann machst du dies, das? Ist nicht cool, man. Das macht man nicht. Und bei meinem Bus hätte es sowas nicht gegeben. Dann wäre es zu Ende gewesen. Aber nein, mein Gott, die heutige Frauen Nummer 17, meine Freunde. Sowas geht gar nicht. Das ist zumindest ein Thema, man. Man ist ein beleidigt serbischen Sänger, man. Dass er ja ein komischer Mensch ist, man. Mach nur was, der ich mit allen Leuten sprichst, oder was? Ist nicht cool, man. Hör auf, wenn ich mich nicht mit allen Stress zu suchen. Uncool. Okay, meine Freunde. Guck mal, das war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.